hey freunde willkommen zum heutigen test heute ist die leslie korsak dran wir haben hier eine pfeife batterie mit cradling zerlegung soweit ich weiß wir haben hier eine neem von 111 gramm preislich liegt hier bei dieser batterie zwischen 5 und 8 euro je nachdem wo ihr kauft natürlich hier steht jetzt 7,50 euro drauf und es müssten meines wissens zehn schuss sein 2 4 6 8 10 11 oder 12 ich würde sagen gehen wir gleich raus zur zündung der korsak von leslie machen wir jetzt den test von der korsak pfeifen und crackling theoretisch ja immer noch ein schönes teil muss man sagen ja 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 ja